Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück hier bei Annas Quest. Ja, ich werde mich jetzt erstmal hier in dem Dorf Wunderhorn umschauen. Und ja, wir sind ja halt gestern hier angekommen, erfolgreich von der bösen Hexe geflüchtet. Ja, und irgendwie hängen hier überall Steckbriefe von uns, aber die Anna selbst war hier noch nie. Also entweder haben wir eine Zwillingsschwester, von dem wir nichts wissen, oder das sind wirklich wir und die Königsleute suchen nach uns, weil wir entführt worden sind, oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. In der Taverne waren wir schon. Da hatten wir uns ja schon schlau gemacht. Ich gehe mal zur Mühle jetzt hier. Ah, okay. Also sie möchte zuerst in die Gasse. Na dann, ab in die Gasse. Die war, glaube ich, auf der linken Seite. In die Taverne, da in die Gasse. Warum auch nicht? Ab in die dunkle Gasse zuerst. Oh, hi. Okay. Oh. Erwischt. Lol. Can I have it? Please? I... I'm not sure. I did go through a lot to get it. Hmm. You, you, you're all alone out here? A child. Alone. In a dark alleyway? Well, I'm looking for someone. Perhaps you know him? A wizard of some sort? Oh, okay. Uh... No, I do not know anything about the wizard's secret magic shop. Huh? Wait, the wizard's shop? That door you just came through. What was that? Oh, uh... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Curses. Vested by a child. This is why I do not like children. Um... Pardon? Perhaps I do know something about a secret wizard's shop. Perhaps. What of it? Really? Oh, please, miss. Could you show me where it is? Hmm... Okay. The price is one magic book. Oh. Uh... Well... Oh god, no, give me that doch not. Oh, man. Das geht nicht gut aus. Oh, ha. Guckt euch mal die Eule an. Oh, hi. Oh, hi. I... I'm sorry. I... I... I thought this was the wizard's house. Ah, but it is, Anna. It is. The sorceress's house, to be more exact. Pleased to meet you, young lady. I've been waiting for you. Oh. Oh, I see. Oh, I see. I'm sorry. Pleased to meet you, too. So you... Do you know about my grandpa, then? Of course, dear. Of course. Please, take a seat. I can't believe I finally found you. I don't even know where to start. Hmm. Do you have a cure for my grandpa? How do I save him? I'll do anything. Okay, was meinst du mit besonderer Art von Krankheit? Oh. Oh, I almost thought of it. Oh, sie wird böse. Okay, drei heilige Objekte. What are these sacred objects? Where should I look for them? The first is an orb of great power. The amber orb. Bernstein kugel. Oh, oh. Use her exponential magical power. Enough even to break the curse. It can be found in the woods beyond the mill. In the depths of a lake protected by the Visefraun. Uh-oh. Ghastly spirits that haunt the waters. Tricksters of the very worst kind. Whatever you do, child. Do not enter those waters. Oh, my. So, how shall I get the orb, then? You will find a way, I'm sure. If you want to save your grandpa, you will have to. Yes. Yes, I will. I will find a way. And the second object? An enchanted rose from the tops of Glass Mountain. This is the heart of the cure. The soul of the spell's essence, if you will. At its peak is housed a nasty outcast of this world. A bitter, twisted old fool that has embraced his seclusion. Ask for the rose and the rose alone. Okay, so we have the rose. Also, Mühle und in der Kirche. Okay. And the final object? Fortunately, this is quite a great deal easier. In fact, I do believe you have it already. Really? Let me see. Ähm. Don't be dumb. The spellbook child from Winfriedas Tower. Oh. 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 What? What is it? You do have it, don't you? Well, I did, but... But... An old lady took it from me. Just outside. One of the most powerful spellbooks in all the land, and you gave it away. Well, not like that. I mean, she was nice about it, and seemed like a nice little old... Never mind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell, and is absolutely vital. Uh, alright. I will. I'm sorry. Don't apologize, child. Just get it back. Um... Do you know how my grandpa is doing? Can you tell me? I've been in the woods for some time now, looking for Boondahorn. So I just... I just want to know if he's still okay. I can tell you this much. He's not getting any better while you sit here chatting away. Oh, no, no, I guess not. Okay. Um, dann gehen... Oh, nein, 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 nein. Oh, da, 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 da. Einmal zu viel geklickt. So, wir gehen los. Na dann, machen wir uns auf, die abenteuerliche Reise, diese drei Sachen zu besorgen. Okay, sie scheint mich auch nicht zu mögen. Suchen wir mal hier rum. Ja, wir erinnern uns an die Kloake. Oder an diese leckere Suppe. Ach ja. Vielleicht damit. Ja, wir müssen ein wenig üben. Aber immerhin haben wir es. Das ist schon mal gut. Okay, okay. Okay, okay. Okay, sie sagt dann nur dasselbe. Ich denke, ich werde das B. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Haben wir untersucht, haben wir untersucht. Was haben wir denn noch so alles im Inventar? Eine Nadel, unser Amulett, unseren Drachen, zerristes Bettlaken und eine Wäscheleine. Unseren Diamanten, den wir wahrscheinlich zum Bezahlen brauchen. Ich glaube, sie hatte das so gesagt gehabt. Okay. Den Schuppen haben wir gefunden. Dann machen wir uns mal weiter. Eigentlich, der Ben weiß ja Bescheid. Gehen wir ihm mal eben... Na, nur? Wir sagen dem mal kurz Bescheid. Ich hoffe, er steht noch da. Ja, okay. Hi Ben. Oh, hallo wieder. Ich habe einen Magistin. Well, Sorceress. Ich habe sie gefunden. Und sie kann die Kloge machen. Aber es ist... Komplikativ. Apparently, es ist nicht eine Krankheit. Es ist eine Kursche. A Kursche? Oh, dear. Who würde das tun, dass du dein Papa? Winfriede? No. Vielleicht. Ich weiß nicht. Aber ich muss ein bisschen Zeit finden, um alle Dinge die brauchen, um es zu verbrechen. Natürlich. Natürlich. Es dauert so lange wie du brauchst. Okay. Alright. Wir gehen mal jetzt zur Mühle. Fangen wir mal hier an. Ui. Okay, da geht's noch weiter. Wir schauen uns das hier unten mal an. Da ist eine Luke. Verschlossen. Verschlossen. Oh, oh. Oh, dann hätten wir vielleicht Glück. Wenn nämlich gerade keiner da ist, dann können wir uns leise reinschleichen. Oh, ich hätte vielleicht die Telekinese noch probieren sollen. Egal. Wir gehen mal hier in den Wald. Vielleicht finden wir da ein bisschen was. Und auf dem Weg zurück ins Dorf können wir ja nochmal die... Oh. Oh, okay, okay. Ja gut. Dann probieren wir das mal raus. Und hier oben. Okay, sie geht hin. Könnte vielleicht klappen. Jetzt klopft sie schon wieder. Oh, mom. Oh, mom.